Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Simon und heute lese ich das 14. Kapitel aus Richard David Prechts, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Frankfurt am Main, das Liebet-Experiment. Kann ich wollen, was ich will? Unter anderem in diesem Kapitel Arthur Schopenhauer. Und der Hirnforscher Benjamin Liebet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Dies wird wieder ein etwas längeres Kapitel. Und dafür gibt es zwei gute Gründe. Zum einen lernen wir einen Mann kennen, der es wirklich in sich hat und der sicher zu den originellsten Figuren gehört, die in der Philosophie eine Rolle gespielt haben. Er selbst hat es einmal so gesagt. Die Zeit wird kommen, wo wer nicht weiß, was ich über eine Sache gesagt habe, sich als Nichtswisser bloßstellt. Bescheidenheit war seine Angelegenheit nicht. Und zum anderen wird es um ein sehr wichtiges Problem gehen, eine der zurzeit am heftigsten diskutierten philosophischen Fragen überhaupt. Beginnen wir mit unserem Philosophen. Arthur Schopenhauer ist der Sohn eines erfolgreichen Kaufmanns aus der Stadt Danzig. 1793. Der kleine Schopenhauer ist fünf Jahre alt, zieht die Familie nach Hamburg. Sein ehrgeiziger Vater hat Großes vor mit dem Sohn. Als 15-Jährigen schickt er ihn auf Schulen und Internate in Holland, Frankreich, der Schweiz, Österreich, Schlesien, Preußen und England. Kaum hat Schopenhauer sich irgendwo eingelebt, muss er schon wieder weg. Die Folgen sind für ihn verheerend. Schopenhauer spricht fließend Englisch und Französisch, aber er ist zurückgezogen und traut niemandem. Ein Außenseiter. Mit 17 nötigt ihn sein Vater zu einer Lehre als Kaufmann. Und dann der Schlag. Der Vater stirbt völlig überraschend. Die Leute erzählen sich, es war Selbstmord. Schopenhauer leidet sehr unter dem Tod seines Vaters. Er hat ihn gefürchtet, aber er hat ihn auch respektiert und bewundert. Schopenhauers Mutter dagegen blüht jetzt erst richtig auf. Endlich kann sie sein, was sie ohnehin am liebsten sein will. Eine Salondame. Sie ziehen nach Weimar und der literarische Salon der Mutter wird ein voller Erfolg. Weimar ist zwar nur eine Kleinstadt in Thüringen, aber mit Goethe, Schiller, Wieland und Herder leben und arbeiten hier die wichtigsten Männer des Literaturbetriebs. Wenn der junge Schopenhauer sieht, wie sich Goethe und die anderen selbstherrlichen Stars der Literaturszene im Salon seiner Mutter auf den Stühlen und Sofas seines Vaters spreizen, läuft es ihm kalt den Rücken herunter. Die verzückte Miene seiner Mutter konntet er mit ironischen Sprüchen. Aber er ist nicht halb so gelassen, wie er nach außen hin tut. Er ist zwar sehr intelligent und sieht auch nicht schlecht aus, doch er fühlt sich von niemandem verstanden. Mit 21 setzt seine Mutter ihn vor die Tür. Er bekommt einen Teil seines Erbes ausbezahlt, zieht nach Göttingen und später nach Berlin und Jena, um Medizin, Naturwissenschaften und Philosophie zu studieren. Mit 25 schreibt er seine Doktorarbeit, ein sehr skeptisches Buch, kompromisslos und radikal. Schopenhauer erklärt, dass der Mensch gar nicht in der Lage ist, die Welt objektiv zu erkennen. Was wir sehen und erkennen können, ist nur das, was unser Säugetiergehirn uns zu sehen erlaubt. Er geht dabei weit über Kant hinaus, der immerhin angenommen hatte, dass der menschliche Erkenntnisapparat ein sehr feines und sehr brauchbares Instrument sei. Doch Schopenhauer traut dem Bewusstsein kaum etwas Kluges zu. Seine Mutter findet das Buch unelegant und langweilig. Sie meint, es wäre was für Apotheker. Zum Glück hält ausgerechnet der von Schopenhauer nicht besonders geschätzte Goethe einiges von den schlauen Überlegungen des jungen Mannes. Er erkennt das Genie und prophezeit ihm öffentlich eine tolle literarische Laufbahn. Zum Ausgleich schickt er Schopenhauer seine Farbenlehre, auf die er sehr stolz ist. Der naturwissenschaftlich beschlagene Schopenhauer liest Goethes Untersuchung über das Zustandekommen und Wirken der Farben, runzelt die Stirn und hält sie für wertloses Geschwätz. Zu den weniger netten Charakterzügen gehört, dass er dies überall herum erzählt. Kurzerhand schreibt er seine eigene Farbenlehre. Goethe zieht sich sofort zurück. Von nun an begeht niemand mehr den Fehler, sich für den arroganten Schnösel einzusetzen. 1820 beginnt Schopenhauer mit Philosophie-Vorlesungen an der Universität Berlin. Um dem großen Star der Uni, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, die Schau zu stehlen, legte er seine Vorlesungen auf die gleiche Zeit wie die Hegels. Der Wettkampf gerät zum Desaster. Zu Hegel gehen Hunderte von Studenten, bei Schopenhauer sind es vier oder fünf. Er selbst hält sich noch immer für ein Genie. Die anderen halten in Ehe für einen Selbstüberschätzer. Die Uni mahnt das Fehlen von Studenten an. Beleidigt, gibt Schopenhauer seine Vorlesungen auf und zieht nach Frankfurt am Main, wo er auch bleibt. Er schreibt viele Bücher und amüsiert die Leute in seinem Viertel durch seine Selbstgespräche auf der Straße, seine unfreundliche Art, seine tiefe Liebe zu seinem Pudeln und seine ständige Angst, er könnte sich an irgendetwas vergiften. Im Alter kommt er dann tatsächlich doch noch zu einiger Berühmtheit, aber er kostet sie kaum aus. Sein Menschenbild ist sehr düster geworden. Immerhin bleibt ihm die Genugtuung. Die Welt hat einiges von mir gelernt, was sie nie wieder vergessen wird. Das Wichtigste, was Schopenhauer geleistet hat, entdeckte er bereits sehr früh. Schon mit 30 Jahren veröffentlichte er sein Hauptwerk, die Welt als Wille und Vorstellung, von dem aber zunächst kaum jemand Notiz nahm. Doch er hatte etwas gefunden, das bei Kant, bei Hegel und auch bei sehr vielen anderen Philosophen unberücksichtigt geblieben war. Fast alle gingen sie davon aus, dass der Verstand oder die Vernunft dem Menschen sagt, was er zu tun hat, und dass die ganze Aufgabe des Menschen nur darin bestehe, sich möglichst nach dem zu richten, was die Vernunft diktiert. Doch Schopenhauer misstraute dem zutiefst und erstellte eine der spektakulärsten Fragen der Philosophie. Sie hieß, kann ich wollen, was ich will? Die Frage war eine große Provokation, denn es hing sehr viel daran. Wenn es so sein sollte, dass ich nicht wollen kann, was ich will, dann war eigentlich alles im Eimer. Dann war der Wille des Menschen nicht frei. Und wenn es keinen freien Willen gab, dann spielte die Vernunft eigentlich gar keine Rolle mehr. Und was war dann mit dem kategorischen Imperativ, dem moralischen Gesetz meines Verstandes? Er würde völlig belanglos, denn die Gesetze meines Handelns bestimmte ja gar nicht die Vernunft, sondern der unvernünftige Wille. Und Schopenhauer zog seine Behauptungen gnadenlos durch. Die Kommandozentrale im Gehirn ist nicht die Vernunft, sondern der Wille. Er ist das Unbewusste, das unser Dasein und unseren Charakter bestimmt. Der Wille ist der Herr und der Verstand ist sein Knecht. Von den eigentlichen Entscheidungen und geheimen Beschlüssen des Willens bleibt der Verstand ausgeschlossen. Er hat gar keine Ahnung von dem, was längst ohne ihn abläuft. Nur der Wille sagt mir, was zu tun ist, und der Verstand folgt ihm. Denn was dem Herzen widerstrebt, das lässt der Kopf nicht rein. Das ist der springende Punkt. Alles andere ist Geschwätz. Stimmt das? Versuchen wir es mit einem Beispiel. Erinnern Sie sich an Ihre Schulzeit. Sie hatten keine Lust, in die sechste Stunde in den Mathematikunterricht zu gehen und überlegten, ob Sie nicht lieber blau machen sollten. Natürlich hatten Sie Skrupel, Sie waren schlecht in Mathe. Deswegen hatten Sie auch keine Lust, hinzugehen. Wenn Sie nicht hingingen, könnten Sie noch stärker den Anschluss verpassen. Aber die Vorstellung, gleich im Klassenzimmer zu sein, machte Ihnen ziemlich schlechte Laune. Sie zögerten also. Eigentlich wussten Sie noch gar nicht genau, wie sehr Sie sich schon auf die Absicht, blau zu machen, eingelassen haben und wie sehr Sie trotz Ihrer Skrupel nicht hingehen wollten. Das heißt, Ihr Verstand wusste es noch nicht. Aber da erfuhren Sie, dass ein paar Kameraden ebenfalls nicht in die sechste Stunde gehen wollten. Das war natürlich kein echtes Argument gegen Ihre Skrupel, das einer Abwägung standgehalten hätte. Ob Ihre Kameraden auch blau machten oder nicht, endete nichts daran, dass Sie noch schlechter hätten werden können, wenn Sie nicht hingingen. Doch als Sie hörten, dass Ihre Kameraden ebenfalls nicht hingehen wollten, stieg in Ihrem Inneren eine unaufhaltsame Freude auf, fast zu Ihrem eigenen Erstaunen. Sie wollten auf keinen Fall mehr in den Matheunterricht gehen und erst da merkte Ihr Verstand, wie fest bereits Ihr Wille diesen Plan ergriffen hatte. Während der Verstand noch unsicher war und sich mit dem Skrupel herumschlug, hatten Sie also eine freie Willensentscheidung getroffen? Eher nicht. Ihr Wille wusste schon vorher, was er wollte und hat es mit einem Scheinargument durchgedrückt, um Ihren Verstand zu beruhigen. Sie sagten sich, die anderen gehen auch nicht hin, obwohl das, wie gesagt, eigentlich kein vernünftiges Argument war. Ihr Wille hatte getan, was er wollte und Ihr Verstand lieferte ihm nur die passende Rechtfertigung. Mit seiner Betonung des Willens setzte Schopenhauer der Philosophie einen Dorn ins Fleisch, was ihm nebenbei gesagt sehr gefiel. Nach seiner eigenen Ansicht hatte er nach Jahrtausenden des Philosophierens endlich mit dem Gerücht aufgeräumt, der Mensch würde durch seine Vernunft geführt und geleitet. Er hatte den Grundirrtum aller Philosophen erkannt und mit ihm die, wie er meinte, größte aller Illusionen, dass es nämlich ausreiche, zu wissen, was das Gute ist, um es auch tun zu können. Hatte nicht Immanuel Kant genau das gedacht? Wie die Vernunft, so der Wille? Und war es in Wahrheit nicht genau anders herum? Wie der Wille es will, so urteilt auch die Vernunft? Der Zweifel an der Kommandozentrale der Vernunft war in der Welt. Und er sollte noch größer werden. Wechseln wir dafür die Szene und springen ins Jahr 1964, rund hundert Jahre nach Schopenhauers Tod. Papst Paul VI. betritt die große Halle, festlich gewandert zur offiziellen Audienz. Die Kardinäle knien in ihren roten Roben nieder und küssen seinen Ring. Nur die Biologen, Physiker und Hirnforscher bleiben stehen und schütteln dem Stellvertreter Christi die Hand. Die päpstliche Akademie der Wissenschaften hat in den hochherrschaftlichen Renaissancebau das Wohnhaus Pauls VI. geladen, um mit den führenden Experten der Zeit über ein Thema nachzudenken, das alle Naturwissenschaftler der Zeit fasziniert. Die Erforschung des Gehirns. Besonders eine spezielle neue Erkenntnis beschäftigte die Forscher und Bischöfe sehr. Ein zuvor noch ziemlich unbekannter Hirnforscher aus San Francisco hatte einen bahnbrechenden Versuch gemacht. Und die führenden Gehirnforscher der Zeit, darunter drei Nobelpreisträger, waren sehr beeindruckt. Benjamin Liebert wurde 1916 in Chicago geboren und studierte Physiologie. Seiner Ausbildung nach war er eigentlich gar kein richtiger Hirnforscher. Aber das war normal, denn Hirnforschung zu studieren war in den 30er Jahren kaum irgendwo möglich. Schon als junger Mann interessierte sich Liebert für die Frage, ob man Vorgänge im Bewusstsein wissenschaftlich messen kann. In den späten Fünfzigern wagte er sich an einige nur lokale, betäubte Patienten auf der neurochirurgischen Station des Mount Zion Krankenhauses in San Francisco. Die Patienten lagen im Operationssaal und ihre Gehirne lagen teilweise frei. Liebert schloss Kabel an die Gehirne an und reizte sie mit schwachen elektrischen Impulsen. Dabei beobachtete er genau, wie und wann die Patienten reagierten. Das Ergebnis war spektakulär. Von der Reizung des Kortex bis zum Zucken der Patienten verstrich mehr als eine halbe Sekunde. Als Lieberts Versuche 1964 Aufsehen im Vatikan erregten, kannte er noch nicht die Ergebnisse zweier Kollegen. Auch sie hatten eine Zeitverzögerung festgestellt. Der Weg von der Absicht, eine Handbewegung auszuführen, bis zur tatsächlichen Handlung dauerte fast eine Sekunde. Diese Messungen brachten Liebert nun richtig in Erregung. Eine Sekunde Unterschied zwischen Absicht und Tun. Das widersprach völlig dem gesunden Menschenverstand. Wer nach einer Tasse Tee greifen will, tut es sofort. Wo bleibt da die gemessene Differenz von einer Sekunde? Die Sekunde, so folgerte Liebert weiter, merkt man selber nicht. Im Jahr 1979 begann er mit einem neuen Experiment, das als Liebert-Experiment bekannt wurde und seinem Urheber Weltruhm einbrachte. Liebert setzte eine Patientin in einen Lehnstuhl und ließ sie auf eine große Uhr gucken. Es war keine normale Uhr, sondern ein grüner Punkt, der im Eiltempo eine runde Scheibe umkreiste. Dann befestigte er zwei Kabel. Das eine Kabel schloss er am Handgelenk der Patientin an und befestigte es an einem elektrischen Messgerät. Das andere Kabel befestigte er mit einem Helm am Kopf der Frau und führte es zu einem anderen Messgerät. Er gab der Patientin folgenden Auftrag. Schauen Sie den grünen Punkt auf der Uhr an. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, den Sie sich frei aussuchen, beschließen Sie, das Handgelenk zu bewegen. Merken Sie sich, wo der grüne Punkt ist, wenn Sie den Beschluss fassen. Die Patientin tat, was Liebert ihr gesagt hatte. Sie beschloss, das Handgelenk zu bewegen und merkte sich dabei die Stellung des grünen Punktes. Liebert fragte sie, wo der grüne Punkt stand, als sie ihren Entschluss gefasst hatte, und schrieb es auf. Dann schaute er aufgeregt auf seine beiden Messgeräte. Die Spannungsänderung der Elektrode am Handgelenk zeigte ihm den genauen Zeitpunkt der Bewegung. Die Bereitschaft zu handeln im Gehirn zeigten ihm die Elektroden am Kopf. Wie war die zeitliche Reihenfolge? Zuerst meldete sich die Elektrode am Kopf. Eine halbe Sekunde später liegt der Zeitpunkt, den die Patientin mit Blick auf die Uhr als Moment ihres Entschlusses angab, und etwa 0,2 Sekunden später erfolgte die Handbewegung. Liebert war in höchster Aufregung. Die Patientin hatte sich entschieden, zu handeln, eine halbe Sekunde bevor sie um diese Entscheidung wusste. Der vorbewusste Reflex, etwas zu wollen oder zu tun, ist schneller als die bewusste Handlung. Stimmt es also, dass das Gehirn Willensprozesse einleitet, bevor der Mensch sich dieses Willens überhaupt bewusst wird? Und bedeutet dies nicht zugleich das Ende der philosophischen Idee von der menschlichen Willensfreiheit? Machen wir eine Zeitreise und lassen wir Arthur Schopenhauer und Benjamin Liebet die Frage miteinander klären. Gehen wir ins Jahr, sagen wir, 1850. Und gehen wir in Schopenhauers Wohnung in der schönen Aussicht Nummer 17 in Frankfurt am Main. Es ist früh am Morgen. Halt, er ist noch nicht ansprechbar, wir müssen erst warten. Zwischen sieben und acht Uhr ist er aufgestanden und hat sich mit einem kolossalen Schwamm den ganzen Oberkörper kalt gewaschen. Seine Augen, das wertvollste Sinne sogar, hat er gebadet, indem er sie mehrmals offen untergetaucht hat. Er meint, dass er damit den Sehner vorzüglich stärkt. Dann hat er sich zum Kaffee gesetzt, selbst aufgebrüht. Seine Haushälterin darf sich am frühen Morgen noch nicht blicken lassen. Er hält große Stücke darauf, seine Gedanken morgens vollkommen konzentriert zu halten. Das Gehirn, sagt Schopenhauer, gleicht dann noch einem frisch gestimmten Instrument. So, jetzt noch eine Stunde warten, dann können wir klingeln. Die Begrüßung ist einigermaßen freundlich, jedenfalls für Schopenhauers Verhältnisse. Immerhin kommt ja auch jemand zu Besuch, der seine Erkenntnis zu würdigen weiß. Liebert bekommt sogar eine Tasse Kaffee. Schopenhauer hasst Smalltalk, also kommen die Herren schnell zur Sache. Nun also, Herr Liebert, wie sieht es aus? Kann ich wollen, was ich will? Nun, wenn Sie so direkt fragen, nein, ich kann nicht wollen, was ich will. Also, so wie ich sagte, der Wille ist der Herr und der Verstand ist sein Knecht. Mehr oder weniger jedenfalls. Hm, naja, wie ich sage, mehr oder weniger. Was meinen Sie? Was heißt hier mehr oder weniger? Mehr oder weniger heißt, dass man sich nie so ganz sicher sein kann. Wieso? Der Fall ist doch sonnenklar. Der Wille geht, Sie haben das erklärt, dem bewussten Verstand zeitlich voraus, um etwa eine halbe Sekunde. Genau, Herr Liebert, um eine halbe Sekunde. Und das bedeutet, dass der Wille diktiert und der bewusste Verstand hinterherhinkt. Ist es nicht so? Und wenn der Verstand hinterherhinkt, gibt es auch keine Willensfreiheit. Denn der Wille wird nicht beeinflusst, sondern nur zur Kenntnis genommen und kommentiert. Und alle Moralphilosophie ist zum Teufel. Naja, die bewusste oder vernünftige Sicht der Dinge ist nicht das Wesen des Menschen, sondern nur ein schmückendes Beiberg im Nachhinein, eine rhetorische Rechtfertigung oder ein verspäteter Kommentar. Darf ich auch etwas sagen? Bitte. Vom Impuls des Willens bis zur bewussten Entscheidung vergeht eine halbe Sekunde, richtig. Aber es vergeht nochmal eine halbe Sekunde, bis der Patient das Handgelenk bewegt, also bis er handelt. Na und? Das heißt, es bleibt ihm noch immer die Chance, die Aktion abzubrechen. Und? Das heißt, dass es zwar keinen freien Willen gibt, aber immerhin so etwas wie einen freien Unwillen, mit dem ich das Schlimmste ja immer noch verhüten kann. Ein freier Unwille? Sie haben seltsame Ideen. Mag sein, dass es seltsam klingt, aber ich glaube, dass es so ist. Der Wille ist unfrei, aber der Unwille ist frei. Was auch immer uns antreibt, etwas zu tun, wir haben immer noch die Chance, Stopp zu sagen. Und das glauben Sie mit der Uhr bewiesen zu haben, dass es eine unbewusste Unfreiheit und eine bewusste Freiheit gibt? Naja, bewiesen ist ein großes Wort, aber ich glaube daran. Und das alles aufgrund der einfachen Versuche, die Sie gemacht haben? Nun, Herr Schopenhauer, ich gebe gerne zu, dass meine Versuche recht einfach waren, aber ich glaube doch, dass sie aussagekräftig sind. Außerdem ist es gut, daran zu glauben, dass es etwas gibt, das unseren Willen kontrolliert, also, wie ich meine, der freie Unwille. Haben Sie mal daran gedacht, was es eigentlich für die Gesellschaft bedeutet, wenn wir akzeptieren, dass niemand für seinen Willen verantwortlich ist und deshalb auch nicht zur Verantwortung gezogen werden kann? Was mache ich dann mit einem Mörder? Der muss ja nur sagen, ich wusste nicht, was ich tat. Mein unbewusster Wille hat mich dazugebracht und ich konnte ihn nicht kontrollieren. Lesen Sie das nach bei Schopenhauer oder bei Liebet. Die Menschheit ist so oder so des Teufels, mit Strafprozessen oder ohne, mit Gefängnissen oder nicht. Das ist Ihre Meinung, Herr Schopenhauer, aber so kommen wir nicht weiter. An diesem etwas unangenehmen Punkt sollten wir das Gespräch lieber verlassen. Viel wird sowieso nicht mehr passieren. Die Positionen sind klar und ein Kompromiss ist nicht in Sicht. Benjamin Liebet hat sicher recht, wenn er die Verantwortung des Menschen für seine Taten nicht einfach so über den Haufen wirft und hat Arthur Schopenhauer nicht recht damit, wenn er anzweifelt, dass Liebet-Messungen tatsächlich ausreichen, um damit große Theorien über Willen, Unwillen und Bewusstsein aufzustellen. Die Hirnforschung ist noch weit entfernt davon, das komplizierte Zusammenspiel des menschlichen Bewusstseins, einschließlich der Gefühle von Spiritualität, Kreativität des bewussten Willens und der Vorstellungskraft genau zu verstehen, geschweige denn messen zu können. Und noch hat wohl jeder Hirnforscher seine eigene Theorie über das Verhältnis des Materiellen zum Geistigen. Das eigentliche Problem an Liebet-Messungen ist, dass er die Messergebnisse von Elektroden am Gehirn notwendigerweise in Sprache übersetzen muss, zum Beispiel, indem er sie dem Unterbewusstsein oder Vorbewusstsein zurechnet und für das Markieren des Punktes auf der Uhr Bewusstheit oder Unbewusstheit in Anspruch nimmt. Doch was genau ist ein Vorbewusstsein? Einen Willen, der ein Handgelenk zum Beugen bringt, mag ich vielleicht vorbewusst nennen dürfen, aber was ist mit dem Willen, der in zahlreichen und immer wieder neuen Impulsen eine komplizierte mathematische Aufgabe löst oder eine philosophische Argumentation entwirft? So aufschlussreich Liebet's Messergebnisse erscheinen, sie führen nicht zu einfachen Antworten, sondern zu neuen Fragen. Das große Problem von der Freiheit des Willens lässt sich wohl kaum durch die Frage ersetzen, wie viel oder wie wenig Zeit zwischen einem Gehirnimpuls und dem Gewahrwerden dieses Impulses vergeht. Außerdem gibt es ja auch sehr unterschiedliche Willensimpulse. Manche sind einfach und oft sehr stark, wie Hunger, Durst, Müdigkeit und Sexualtrieb. Andere sind dagegen sehr vielschichtig. Der Wille, Abitur machen zu wollen, Jura zu studieren oder seinen Geburtstag mit einer großen Party zu feiern, ist viel komplizierter als etwa ein Hungergefühl, das mich dazu bringt, etwas essen zu wollen. Was bedeutet das alles für die Moral? Heute beschäftigen sich Zehntausende von Hirnforschern an Hunderten von Instituten in aller Welt mit der Erforschung des Gehirns. Nicht wenige von ihnen interessieren sich auch für die Instinkte und Antriebskräfte, die den Menschen dazu bewegen, moralisch zu handeln. Wenn alles gut sein sollen, letzten Endes auf dem Gutsein wollen beruht, dann muss etwas im menschlichen Gehirn vorhanden sein, das diesen Willen zum Gutsein auslöst. Was aber könnte dies sein? Kapitel 15 Der Fall Cage Gibt es Moral im Gehirn? Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich immer über Kommentare unter den Videos, wie euch das Kapitel gefallen hat. Und wenn ihr mich unterstützen wollt und auch kein Video mehr verpassen wollt, dann könnt ihr einfach meinen Kanal kostenlos abonnieren. Ich freue mich. Dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss.